Was? Komm Massen! Jetzt! Links! Mach's doch nicht! Mach's doch nicht! Mach's doch nicht! Schieß nicht! Schieß nicht! Schieß nicht! Genau! Ja! Ganz stark, Rassi! Auf der Bewegung! Komm! Hey! Oh nee, nicht vom Ding! Nicht mal Ecke! Zweimal kurz, eben! Mein Herren! Auf! 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 Abseits! Abseits! Komm Ben! Komm Ben! Starten! Starten! Ja! Ja! Klipp, komm! Weiter! Komm Ben! Komm! Komm Ben! Das ist schwer! Du wirst! Ja! Komm Jahn! Nicht stehenbleiben! Und wieder in die Mitte, ey. Was sind das für Ecken? Gut, genau so. Ganz stark gespielt, ganz stark gespielt, Jungs! Mann! Komm, fern ab! Komm, fern ab! Komm, fern ab! Leute, was ist denn los? Ja! Komm mal wieder! Komm, Ben! Komm, rauf da, Ben! Stell ihn, stell ihn! Komm, fern ab! Weiter! 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 Komm! Kasten! Ja! Reden, du musst mehr arbeiten! Mit dem Rücken! Mit dem Rücken! Mit dem Rücken! Ja! Einfach! Fangen! Einer rauf! Nein! Nein! Komm! Na mal! Ja, ne, gut so! Unser Kampf! Nassim! Ja! Der ist ein Beispiel! Nassim! Ich bin nicht spekulier. Schade. Diago! Komm mal, Karsten! Rechts, rechts! Stoß! Hindern! Komm ja, Dennis! Gut so, Kurt! Lass dich fallen, Mann! Stoß! Oh je! Jawoll! Ja, schön für dich! Wir waren doch zu viel hinten, oder? Was soll ich denn machen? Das hat das Tor doch gesagt. Weg, weg, weg! Weiter, weiter! Weg, weg, weg! Du sollst dabei sein! Wieder! Weitenwechsel! Komm, komm! Ich bin nicht flach. Oh, Mann! Was bringt der denn nicht? Komm weiter, Leute, weiter! Hopp! Das sind die Dinger, die ich meine, das sind die Dinger, die ich meine! Ganz stark! Ganz stark, Torsten! Kannst du Oko denn da... Langsetzen! Schön geklärt! Ruhig, bitte! Ruhig, bitte! Versuch, versuch! Oko! Komm! Sehr schön! Nimm mit das Tempo, nimm mit das Tempo! Sehr schön! Komm jetzt! Komm, Nassim! Ja! Komm, 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 komm! Schick, lass ihm schicken! Ist gut, Christian, ist gut! Ja, komm, komm! Ja, komm, komm! Fick! Nein! Brauch! Fick! Nein! Brauch! Lass ihn, lass ihn, lass ihn! Lass ihn, lass ihn, lass ihn! Halt ihn, Max! So eine geile Position, ey! 20 Meter! Komm, Hörbord, komm! Einer! Komm, hoch! Und nicht zwei gegen einen, ey! Schreiber, mach fest! Von hinten! Oh, Vici! Mann, ey! Die müssen sich doch hier festnageln schon! Ja! Mann! Den muss Schreiber hier festnageln! Mann, wir müssen nix, sie fixen! Mann, wir müssen nix, sie fixen! Gruß! Gruß! Ja! Komm, schlau drauf! Oh, Basti, Mensch! Jawohl, gut! Passiv! Weiter! Achselbein! Einrücken! Mit Tempo! Okay, wir fertig! Jetzt schon? Jo! 2-3-1, wie du spielst! Aber bei 6,5 haben wir auch nicht mehr kommen, ne? Doch! So, jetzt mal bereiten jetzt! Kein Ball! Kein Ball! Hey! Lass die Mitte! Yes! Ja! Geht hoch! Eine Matze! Eine Matze! Tiefer! Zwei Leute! Super, Philipp! Zurück! Nach vier! Weiten Wechsel! Lauf, Forest! Och Mann, da musst du auch mal den Kopf hochnehmen! Wie lange gehst du noch? Wie lange gehst du noch? Na, Ball! Halbe Stunde! 6 Minuten! Ja, eben! Wir brauchen doch nur 1-2 Minuten! Letztes Mal im Spiel gesehen, wollte ich sagen! Und weiter! Läuft da! Komm weiter, Oco! Komm, Oco! Komm! 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 Irgendwann! Irgendwann! Ein Beispiel! Heute! Dritte! International! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!